So, oh, wir sind schon live, okay, dann willkommen zu einem kleinen Projekt, ich versuche es mal mit meinem Computer ein kleines Spielchen aufzunehmen, Call of Duty 2 in höchster Qualität. The armies of Nazi Germany begin their conquest of Europe. First of all is Poland, then Denmark, Norway, France, Belgium, Luxemburg, and the Netherlands. Now the year is 1941. With an army over 7 million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using blitzkrieg tactics, they advance quickly, smashing relentlessly through the Soviet defenses and arrive at the capital city of Moscow in under four months. Desperately short of reinforcements, the Soviet defense of Moscow now falls to thousands of raw recruits, who must hold out against the well-trained German forces in the freezing cold of the Russian winter. Ja, das ist die Geschichte von Call of Duty 2. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das je zu Ende machen werde, ob das überhaupt online gehen wird oder so. Das war einfach mal zum Test. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now, walk over to that table and pick up those weapons. Ja, auf dem Weg. You will have to move faster than that, Comrade. You will need a real weapon, if you wish to kill the fascists. Look at your compass. The star on the compass shows the location of your current objective. Now, go to the storeroom and get a pistol and a rifle. Move! Ja, natürlich hab ich wieder keine Waffe. Die Waffe sind auf dem Teele, Comrade. Okay. 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 Now, go back and report to the Comissar. Very good, Comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire at the other one. Uh, control. Nein. Oh, scheiße. All right, fire at one of those bears again. Uh, can you control? Fade at one of those bears again. Ja, natürlich stellen wir vor, dass diese Teller mich angreifen. Ach, was ist denn wohl? Oh, ja, nachladen sollte man auch. Vorher. Äh, shift, scheiße, wo ist shift? Ah. Das ist genug, Comrade. Come over here and pick up a grenade. These are potatoes, Comrade Commissar. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Oh, of course, Comrade Commissar, my mistake. Okay. Now throw a potato into each of those marked target areas. Okay. Good throw. Not bad, not bad. Very good, Comrade. Comrade Commissar! Comrade Commissar! We've got a prisoner. Come take a look. Ja, natürlich haben wir den direkt danach nach unserem Training. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen... Um, Comrade Commissar, he says the enemy is moving. Behind our lines. Und? Und? To the Southeast. Okay. And they are supported by half trucks and mobile artillery. Sir! There's a German attack forming to the Southeast. It looks serious. Listen, Comrade. There is an armory to the East in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guests. Remember what you have learned. Good luck. Okay. Okay. Oh. Okay. We've got a prisoner. Komm take a look. Na ne, das ganze nochmal. Lauf. 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 Und? Und? Nah. Lauf. You're local. Star milyar. Ich bin ein Attacke in den Süddeutschland. Es sieht sehr ernst. Hör, Kameras. Es gibt eine Armourie in den Basement des Hauses. Geh da und laden auf Ammunition und Supplieren. Ich werde bleiben und beobachten unseren Gast. Erinnern, was du gelernt hast. Glückwunsch. Wieso will der denn abschießen? Hat er den jetzt abgeschossen? Ja, wieso durfte ich das nicht machen? Ha. Das ist super. Das ist super. Das tut mir mal zu slide. Ich muss mal das Ganze. Das Ganze ist leiser, Steph. So, jetzt geht's. Without the ground, but I'm here to go. We're going to take out some pints of Wilfrid, Comrades. Grab a submachine gun and make sure you reload it first. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. Let's go, Comrades. Up the ladder. Good. Good�. Was habe ich eigentlich hier drin? Ach, eine Pistole. Oh, scheiße Granate! Hilfe, 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 Hilfe! Okay. Ja, da sieht man meine megamäßige Pünfte und ganze Gewehr. Lauf, 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 lauf! Au! Ha! Oh, ich muss mal kurz stoppen. Oh! 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 Vielen Dank.